happy birthday to you herzlichen glückwunsch an alle leute geburtstag haben und herzlich willkommen bei red dog gamble ich spiel heute mal wieder mech arena und ja ich warte noch ein paar minuten dann geht wettbewerb los die erste runde geht los ffa ist es für die woche wieder stadt war mit dem rennen einmal so nach rechts kommt keiner hier lang und schnell wieder verstecken und sieht auch schon mal gut aus von links kommt einer runter so da kommt der nächste super da kommt der nächste schon wieder da kommt der nächste oder nicht okay zack weg ist er easy going zu easy kommt noch einer hierher oder haben die alle angst da kommt einer noch mal gut dann werde ich besser sagen ich habe hier gut abgeräumt geht natürlich noch besser habe auch schon mal besser gehabt aber gut gefällt mir ja dann würde ich mal sagen wir sehen uns gleich wieder in der nächsten runde 546 punkte ist gut denn nur ein punkt was hat er gemacht war afk wahrscheinlich naja auf einmal bis gleich die zweite runde geht los jetzt nehmen wir den nächsten den zweiten von rechts schauen wir gut von mit dem wir mit dem wir allerdings nicht so viel chancen haben wie den anderen kragen wo wo wie wird ihs Welch ist er Hey. Oh, country smell. Der zweite Kill. Der zweite Kill. Hmm. Hmm. Genau. Schließend ist gebutt. Kann ja nicht wechseln. Oh Gott. Der hat mich noch erwischt. Am Hintern erwischt. Ach komm, nimm mal den. Auch in der Runde geht es ja eigentlich noch. Ach komm mal. Ich bin nicht dabei. Ich bin nicht traurig. Ich bin ganz traurig. Oh, hat aber nicht viel gefehlt. Ja. 8, 8, 8, 5. Ich bin auf jeden Fall besser wie die KI. Okay, dann geht es weiter. Nächste Runde. Viel Spaß. Die dritte Runde geht los. Und die letzte. Für heute. Wir machen mit ihnen hier wieder weiter. Jetzt haben wir ja schon jeden einmal gespielt. Mit den Einhallern haben wir allerdings nur zwei Sekunden gespielt. Aber mit der Artillerie möchte ich auch gar nicht so gerne jetzt hier spielen. 5 gegen 5 ist Artillerie gut. Aber auch nur, wenn es die Arena so ist. Deswegen, wenn man eine Artillerie mitnimmt. Muss man schon wissen, wo man es mitnimmt. Zu welchem Platz. Platz. Zu welcher Arena. Das sieht ja cool aus. Weihnachtsbaum. Ich habe gar nichts geladen. Wah. Ich habe gar nichts geladen. Warte ich meinen Kill? Och Mann. Hm. Ah, Dauber. Ah, ich wollte gerade Ansturm machen. Such eine Miest. Okay, der ist da unten. Okay, der ist da unten. Ach. Mano. Ihr glaubt mir alle meine Kids. Jetzt bin ich da. Jetzt bin ich da. Von allen Seiten hier. Irrkelt mich mal. Ah. Kann doch nicht wahr sein hier. Wie viel waren da? Vier? All auf den armen kleinen Red Dog hier. Super. Super. Nicht geschafft. Aber. MVP erwischt. Na ja. Was soll's. Da bin ich auch Platz 2. Schauen wir doch mal die Gesamtwertung an. Und. 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 Ah. Zwei Kids hätte ich machen müssen noch. Ich bin sogar besser wie er hier. Wie die Nummer 3. Zumindest krieg ich mehr Punkte wie der. Das ist auch traurig. Nein. Egal. Ich würde mal sagen, das war's dann für heute. Ich sage Dankeschön fürs Zuschauen. Ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Video seid. Bis dahin wünsche ich euch. Viel Spaß und dort wiedersehen. Ciao, ciao.